Ich wette, das versteht keiner. Ich kann nicht... Okay, dann nehme ich ihn wieder mit. So... Schön. Jetzt klappt das doch mal. Ja... Ach, nein! Ja... Oh, yeah! Ja... Ich glaube, ich habe... Von dem anderen kümmer ich mich genau... Frag ich genauso gut wie um meinen. Das ist irgendwie... Oh... Nicht der Sinn, weil ich dann verliere und es verliere es noch beide. So... Das ist halt eine Herausforderung. Das ist halt eine Herausforderung. Ja, so... Ähm... Oh Gott... Da brauche ich erstmal das Gold für... Okay, wie wäre es, wenn ich den einfach nur als... Support nehme... Das ist aber blöd, dann stirbt der auch zwischendurch und die anderen kriegen auch wieder. Das ist ja... Ja... Ich hoffe, ich müsste die immer... Abwechslend spielen. Immer abwechslend. Ja... So... Jetzt stelle ich mich einfach mitten auf den Weg und jetzt gehe ich mit dem hier rein. Gehe ich da und schau mal, was... Endlich auch mal ein bisschen Geld hier. Schön... So... Wie wäre es, wenn ich den einfach... Scheiße, wo ist das Katapult? Ich muss mich auch nicht rausziehen. Nicht der Reimer. Scheiße... Heiko Mioiii... So... Sprogestörer-Style. Ne, das gibt's nicht. Der steigt einfach wieder wieder ein Level auf. und dann den anderen grinch kopf da abwechslung spielen das ist es wahrscheinlich an einem gold sammeln sind wir vom level jetzt mittlerweile gleich auf das ist ein bisschen 2.120 1.700 jetzt halte ich einfach mal die nächste welle auf hoff ich auf jeden Fall krieg ich dafür schon mal das ganze gold sehr praktisch die nächste welle dämliche magier kommen wir herkommen da habe ich schon fast die kohle zusammen so jetzt warte ich noch kurz warum auch immer ich mich dann so schnell regenerieren so eine zeit lang na das ist Payback ja 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 Okay. Franky Support. Ich gehe die ganze Zeit drauf. Ich gehe die ganze Zeit drauf. Dein Mittelort ist unter Angriff. Ich habe sie vorher gekauft, bevor ich drauf gegangen bin. Dein Mittelort ist unter Angriff. 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 Oh Mann, ich dachte, ich hätte besser aufpassen sollen. Kacke. Dafür ist der gleich wieder da. Ist schon wieder da. Alter, ich bin 14 Mal gestorben und habe keinen Eis in Gepläge. Unglaublich. Was genau, hä? Oh. Was, hä? Top Tower. So, gleich haben wir ihn doch. Wir hätten ihn fast gehabt. Mist. Sind alle vergiftet. Natürlich. Ich bin mit Mann, aber das war ja klar. Das war ja klar. Oh, ich mach mich mal kurz ab. Verdammt, 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 verdammt. Ihr Top Tower ist unter Attack. So. Na, ich bin mit dem Top Tower. Ihr Top Tower hat fallen. Ho, ho. Ich bin eigentlich auf den Keks. Ich bin gerade hier. Come on. So, auf geht's. Komm schon. Ultraspeed. Wo ist denn der? Ich weiß doch, wer ist so schnell. 461 Geschwindigkeit. Ich glaube, der andere ist stärker als ich. Ja. Oh, jetzt kriege ich so. Meine Geld. Und Level up. Ich muss die ganze Zeit hin, ich muss den Mittel Tower auf dem Weg hier, wer wird ich hier. Ich bin jetzt hier. Your middle tower is under your middle tower has fallen. Na klar. Hab ich Krittschaden? Psst. Das wäre echt cool. Das wäre ja echt cool, wenn ich jetzt einen Krittschaden hätte. Oh. Das ist ja noch gar nicht an. Da muss man extra nochmal klicken. Das ist blöd. Und ab dann. Ah, was? Ich hab ja schon fast wieder alles beisammen. Mist. Your bottom tower is under attack. Ich stelle mich, was noch da war mit dem Kerl. Mit dem hier. No, 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 no. Was ist da hin? Warte. Oh, hello. Na, also. Hahaha. There's no escape. Oh, 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 oh. Oh, oh. sehr schön sehr sehr schön ich stehe jetzt einfach mal dahin stehe ich mit dem anderen blöd rum ich liebe die Reine nicht mehr Zeit noch Zeit Oh mein Gott So Ne, nicht der Fleischklops Scheiße Wie kann man den überhaupt besiegen? Ich bin schneller als der, oder? Scheiße Ich hasse ihn Ich hätte weiter mit dem Gold sammeln sollen 2.200 brauche ich Für Ne 2.200 dafür 5.200 hierfür Tempo, Rüstung Das wäre mal geil Dafür müsste ich aber noch sparen, wie blöde Ich kann den anderen Hansel hier nicht mehr unbedingt spielen Wo ist der überhaupt? Darunten Ich stelle dich hier einfach nicht Ich stelle dich einfach wieder zu bis zum viel Musk entspricht nicht ja